Im Christentum dauert die Fastenzeit zum Beispiel 40 Tage, von Aschermittwoch, also nach Fastnacht, bis Ostern. Dabei erinnern sich die Christen an Jesus, der laut Bibel 40 Tage in die Wüste ging, um dort zu fasten. Die Christen verzichten traditionell auf Fleisch, andere aber auch auf Süßigkeiten oder sie wollen weniger ihr Handy benutzen. Auch im Islam gibt es eine Fastenzeit, den Fastenmonat Ramadan. In dieser Zeit sollen Musliminnen und Muslime besonders viel über ihren Glauben und über Gott nachdenken. Etwas mehr als vier Wochen lang soll man den ganzen Tag lang nichts essen und nichts trinken. Das gilt nur für gesunde Erwachsene. Erst nachdem die Sonne untergegangen ist, treffen sich die Menschen, um gemeinsam zu essen. Im Judentum hingegen gibt es gleich mehrere Feiertage, an denen für kurze Zeit gefastet wird. Einer der wichtigsten Fastentage heißt Yom Kippur, auch Versöhnungstag genannt. An diesem Tag geht es also darum, sich mit anderen Menschen und Gott zu versöhnen. Dabei darf weder gegessen noch getrunken werden. Es wird auch nicht geduscht oder gearbeitet. Die Menschen sollen sich auf ihren Glauben konzentrieren. All diese Religionen haben in Sachen Fasten eines gemeinsam. Die Menschen sollen sich in dieser Zeit auf das besinnen, was in ihrem Glauben wichtig ist und Gutes tun. Und am Ende jeder Fastenzeit wird in allen drei Religionen ordentlich gefeiert. Und am Ende jeder Du bist sehrふ bereit. Du bist so. Vielen Dank.